Er ist wieder hier, in seinem Revier. Die Haare sind ein wenig heller geworden, aber sonst hat er sich nicht groß verändert. Thomas Reis im Fokus der Objektive. Der neue Cheftrainer kommt in Zeiten, die keine leichten sind. Jetzt noch einen Schritt zurück. Ich sage einfach, kann jeder. Wie gesagt, das ist nicht nur eine Herzensangelegenheit von mir. Das ist eine Riesenmöglichkeit, relativ früh in der Saison Trainer zu werden, was zu entwickeln. Natürlich weiß ich, dass es ein Tagesgeschäft ist, dass man Punkte holen muss, möglichst schnell, um das Ding in ruhige Fahrwasser zu bekommen. Die Präsentation von Thomas Reis am frühen Morgen vor der ersten Trainingseinheit. Spieler, Jugendtrainer, Co-Trainer und jetzt Cheftrainer. Da, Vorsicht Kamera, da wird man auf seiner ersten Station als Hauptverantwortlicher schon mit einer gewissen Skepsis empfangen. Ist es nicht mutig, in so einer Situation auf jemanden zu vertrauen, der eigentlich im Profibereich klassisch eigentlich noch gar keine Referenzen vorzuweisen hat? Ja, wir wollen ja auch ein Stück weit mutig sein und wollen Dinge tun, von denen wir überzeugt sind. Und wir sind von Thomas überzeugt. Er hat hier den Trainerberuf von der Pike auf gelernt, kennt den Verein, kennt das Umfeld, war nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer tätig. Er hat seine Qualitäten als Trainer jetzt auch in Wolfsburg bewiesen, sodass wir davon überzeugt sind, dass er uns helfen wird. Ja, die Frage ist immer, was ist Erfahrung? Ja, ist jetzt Erfahrung, wenn ich jetzt jemanden hole, der vielleicht zweimal an der Bundesliga an der Linie gestanden hat? Oder ist es jemand, der sich vorbereitet hat? Ich meine, ich bin keine 35 mehr, ich bin jetzt auch mittlerweile, auch wenn man es vielleicht noch nicht ganz so sieht, 45. Und habe jetzt die Erfahrung einfach gemacht. Ich habe meinen Weg so vorbereitet, um in das Profigeschäft einsteigen zu können. Er hat sich gut verkauft bei seinem ersten Auftritt als Cheftrainer, jedenfalls bei den Medien und in der Öffentlichkeit. Wichtig ist aber, wie er bei der Mannschaft ankommt. Erste Trainingseinheit, Aufmarsch an der Seite von Anthony Lucilla, einem Führungsspieler. Alle sollen jetzt unter Reiß besser werden. Und er plant langfristig, nicht kurzfristig. Ich glaube, ich bin kein Feuerwehrmann. Ich habe mich entwickelt, ich kann Mannschaften entwickeln, ich kann Spieler entwickeln. Und ich glaube auch, die erfahrenen Spieler sind noch nicht am Limit. Man kann immer dazulernen. Und das sind die Schritte, die ich gehen will. Er ist wieder hier. Thomas Reiß, Cheftrainer. Und soll auch bleiben. Vertrag bis 2021. Glück auf den Weg.